Selma Lagerlöw, Schwester Olives Geschichte, gelesen von Natascha Hussar Es war auf dem Hinterdeck eines großen ausländischen Dampfschiffs, wo Menschen aus den verschiedensten Weltgegenden versammelt waren. Die meisten waren Engländer oder konnten wenigstens Englisch sprechen, aber es gab auch unter den Reisenden einige, die Französisch sprachen, und diese waren durch die Sprache zusammengeführt worden und bildeten meistens eine Gruppe für sich. Da saßen also ein paar ältere Franzosen, ein Offizier und ein Konsul, ein paar belgische Damen, eine italienische barmherzige Schwester, ein alter französischer Geistlicher und ein junger Pariser, der irgendein Künstler zu sein schien, Maler oder Bildhauer oder was er sonst sein mochte. Eines Abends saßen die beiden älteren Herren beisammen und sprachen von den Engländern. Sie machten eine kleine Studie über sie, so wie Franzosen es zu tun pflegen, und verglichen sie in sehr liebenswürdiger und amüsanter Weise mit sich selbst. Aber plötzlich mischte sich eine der Damen ins Gespräch. Nein, meine Herren, sagte sie, sie haben noch nicht erwähnt, worin der wesentlichste Unterschied zwischen den Engländern und ihnen besteht. Ach, sagte der alte Herr, den man Konsul nannte. Den allerwesentlichsten Unterschied haben Sie in etwa herausgefunden? Ja, ich habe ihn herausgefunden. Er besteht darin, dass sie alle einen inneren Beruf haben. Fragen Sie nur, dann werden Sie schon hören. Alle hier an Bord haben einen inneren Beruf. Einer will uns Kaninchen züchten lernen, ein anderer niemals Fleisch essen. Dieser Herr beabsichtigt, die Türken zu bekehren und der dort drüben will ein Lufttorbedo erfinden. Nun, und wir, sagte der Konsul und warf einen raschen Blick auf seine Reisegefährten. Uns fehlt es doch auch nicht an Menschen mit inneren Beruf. Oh doch, sagte die kleine Belgierin. Ihr bleibt in dem Stand, in dem ihr geboren seid, oder ihr werdet, was eure Eltern wünschen, dass ihr werden sollt. Ihr lasst euch vom Leben leiten. Aber diese anderen wollen das Leben und uns alle ins Schlepptau nehmen und uns führen, wohin sie wollen. Nun ja, sagte der Offizier. Sie mögen Recht haben, Madame, aber ich ziehe es vor, unter Leuten ohne inneren Beruf zu leben. Sie sind unerträglich, diese Leute, die stets mit einer Mission umhergehen. Schwester Agnes, rief der Konsul und wendete sich an die barmherzige Schwester. Sie haben ja so viele Französinnen in Ihrer Gemeinschaft. Haben Sie gefunden, dass Ihnen der innere Beruf fehlt? Leider, Monsieur Bardot, sagte die barmherzige Schwester und lächelte. Leider kann ich Ihnen nicht zur Hilfe kommen. Ich glaube nicht, dass wir deshalb schlechtere barmherzige Schwestern sind, aber es sind nicht viele unter uns, die deshalb Kranke pflegen, weil es der innere Beruf Ihres Lebens ist. Ihr sind meistens froh, uns dieser Sache widmen zu können, weil alles andere uns gescheitert ist. Und sie, Herr Abbe, fragte Bardot und wendete sich an den Geistlichen. Ach, ach, erwiderte der alte Mann, es ist so lange her, ich bin all mein Lebtag Priester gewesen. Aber ich glaube, es war der Abbe Verton in meiner Heimat, der meinen Vater riet, mich ins Seminar zu schicken. Monsieur Bardot wendete sich nun an den jungen Franzosen. Ich für meinen Teil, Monsieur, sagte der junge Künstler, misstraue dem inneren Beruf. Er führt nur auf Irrwege. Ich arbeite mit Farben und Pinsel, weil dies mir das Natürlichste ist. Ich will Ihnen sagen, in meiner Familie sind wir alle ein bisschen Maler. Nach dieser Äußerung vergaß man ganz, dass man zu Anfang des Gesprächs von einem Vergleich zwischen den Franzosen und den Engländern ausgegangen war. Und anstatt dessen begannen alle, von Anlagen und Beruf zu sprechen. Und man führte mehrere Beispiele dafür an, in was für eigentümliche Verhältnisse Menschen gerieten, wenn diese zwei Dinge nicht übereinstimmten. Ich habe immer versucht, mich von allen Hirngespinsten fernzuhalten und das zu tun, wozu ich veranlagt bin, sagte der Offizier. Niemand benimmt sich so töricht wie jemand, mit dem seine Mission durchgeht. Ich kenne einen großen Schriftsteller, sagte eine der Damen, der sein Leben für verfehlt ansah, weil er nicht Ballettmeister geworden war. Er behauptete immer, dies wäre sein wahrer Beruf gewesen. Unglücklicherweise wurde er verhindert, seiner Eingebung zu folgen. Dies erinnert mich an meinen armen Freund Pater Minuet, sagte der Geistliche. Er fühlte sich berufen, als Missionar nach China zu gehen. Und er tat es auch, aber er musste sich doch geirrt haben, denn drüben ließ er sich zum Buddhismus bekehren. Der innere Beruf ist der größte aller Gaukler, sagte der Maler. Er treibt nur seinen Spott mit uns Menschen. Badu alleine kämpfte dafür, wie herrlich es sei, aufgrund jenes höheren Zwanges zu handeln, den man inneren Beruf nennt. Aber Monsieur, ich erinnere mich jetzt, dass ich eine ihrer Landsmänninnen kannte, die einen inneren Beruf hatte, sagte die Krankenpflegerin. Er hatte wohl nichts mit der Krankenpflege zu schaffen, doch immerhin, wenn Sie gestatten, will ich Ihnen ihre Geschichte erzählen. Sie war eine unserer allerbesten Pflegerinnen. Sie gehörte dem Verband lange, bevor ich hinkam an. Und sie lehrte mich meine Obliegenheiten. Schwester Olive, begann die barmherzige Schwester, war eine Französin aber so anders als alle Französinnen, die ich gesehen habe, dass ich sie zuerst für eine Deutsche oder eine Schweizerin hielt. Eine Französin sollte nach meiner Meinung entweder eine schöne, rundliche Dame mit olivenfarbenen Teint und spielenden braunen Augen sein oder auch klein, zart, verfeinert, förmlich nur ein Hauch. Schwester Olive dagegen war groß, etwas hager, nicht schön, aber kräftig und munter mit einem Gesicht, zu dem man Zutrauen fassen konnte. Und noch mehr verwunderte mich ihr Aussehen, als ich allmählich erfuhr, dass Schwester Olive eine Größe gewesen sei, eine Berühmtheit, dass sie einmal Mademoiselle Olive mit Tau geheißen, in einer glänzenden Wohnung gewohnt, mit eigenen Pferden kutschiert und mit allen hervorragenden Leuten in Europa verkehrt habe. Schwester Olive war Schauspielerin gewesen, bevor sie barmherzige Schwester wurde, und zwar eine große und merkwürdige Schauspielerin, die alle Menschen kannten, wenigstens alle Menschen in Paris. Sie war ja freilich nicht eine von jenen gewesen, die die ganze Welt durchreisen und solche Größen sind, dass sie sich an einem Tag in San Francisco zeigen müssen und am anderen in Petersburg. Aber sie hatte es so gut gehabt, als sie es sich nur wünschen konnte. Das ganze Publikum hatte sie so gern, die Theaterkritiker wussten selten etwas Ungünstiges über sie zu sagen. Sie verdiente viel Geld und sie tat am Theater François auf. Als ich Schwester Olive sah, fiel es mir, wie gesagt, schwer zu glauben, dass dies möglich gewesen war. Ich dachte ja gleich an die modernen Stücke mit allen ihren verfeinerten jungen Frauengestalten und es erschien mir ganz unglaublich, dass Schwester Olive eine junge Pariserin hätte spielen können. Sie hatte etwas gar zu Kantiges. Keine Schminke und keine Toiletten hätten Schwester Olive verführerisch und bezaubernd machen können. Aber ich erfuhr bald, dass Schwester Olive nie solche Gestalten gespielt hatte, sondern ihre Stärke war darin gelegen, aus dürftigen Rollen, die kein anderer haben wollte, kleine Meisterwerke zu machen. Sie spielte Dienstmädchen und alte Frauen. Sie war Gastwirtin und Portiersfrau, Grünzeughändlerin und Bäuerin. Und sie stellte all diese bescheidenen Typen so glaubwürdig und rührend dar, so liebevoll und künstlerisch, dass es ihr gelungen war, die Mitgliedschaft am Theater François zu erringen. Schwester Olive war sehr fleißig gewesen und hat es sich nie geschont. Man zählte sie seinerzeit zu den aller unentbehrlichsten Kräften des Theaters. Ihre Stellung war eigentlich besser als die der anderen, denn obgleich sie niemals so viel Lob erntete wie die große Prima Donna, hatte sie andererseits ihre gegebenen Rollen, die niemand streitig machte. Niemand integrierte, um ihr zu schaden. Sie war eine gute, ehrliche Kollegin und alle hatten sie lieb. Sie gestand es später selbst oftmals zu, dass sie eine ausgezeichnete Stellung gehabt habe und dass sie Unrecht getan habe, die Torheit zu begehen, die sie zwang, sie aufzugeben. Sie starb, als sie 60 Jahre alt war, aber sie hätte ihre Stellung am Theater gewiss bis zu ihrem Ende behalten können. Sie war noch immer beweglich und kräftig und hatte ein prächtiges Organ. Sie hätte noch ganz gut treue Dienerinnen und Bauernweiber und brummige alte Tanten spielen können. Niemand würde es besser gemacht haben als sie. Aber das Unglück war, dass Schwester Olive eine bestimmte Idee hatte und das war etwas, wonach sie sich sehnte, was sie ihr ganzes Leben lange strebt hatte und wovon sie nicht lassen konnte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie die ganze Zeit übereinsah, dass es etwas Törichtes war. Aber Schwester Olives Gedanken hatten sich all ihr Lebtag in dieser Richtung bewegt und sie konnte ihnen nicht Einhalt tun. Es war so, als hätte man versucht, einem fallenden Stein zuzurufen, er solle stillhalten und schweben in der Luft verbleiben. Es verhielt sich nämlich so, dass Schwester Olive keine geborene Pariserin war. Sie war in der Normandie aufgewachsen als die Tochter eines Bauern. Sie hatte ihre Kindheit und ihre erste Jugend unter Bauern und ungebildeten Leuten verbracht. Bis zu ihrem 17. Jahre hatte sie weder eine Stadt noch ein Theater gesehen. Aber einmal, als sie erwachsen war, nahmen ihre Eltern sie zu einem Markt in Guamid und Vater mit Tod zeigte sich da so freigebig, dass er sie und ihre Mutter sogar ins Theater einlud. So sah Schwester Olive ihr erstes Stück und das Stück war Hernani, des großen Victor Hugo Hernani. Von dem Augenblick an, wo der Vorhang in die Höhe ging, war Schwester Olive ganz der Erde entrückt und weilte mit ihrer ganzen Seele auf der Bühne. Nichts erschien ihr dort fremd. Sie begriff vom ersten Moment an alles. Sie suchte sich nur zu entsinnen, wo sie alles das schon einmal gesehen hatte. Da, während sie im Theater saß, erschien es ihr ganz wunderbar, dass sie Olive Mito war, das Landmädchen, das unter grünen Apfelbäumen auf einem Bauernhof aufgewachsen war. Es kam ihr vor, als wäre das, was sie sah, ihre wahre Heimat. Und sie sah das Schauspiel gar nicht so, wie andere es sehen, sondern sie lebte darin mit, von Anfang bis zum Ende. Sie war die ganze Zeit die schöne Spanierin Dona Sol. Sie wurde von Hernani und von Kaiser Karl V. geliebt. Und als Graf Lunas Horn am Hochzeitsabend ertönte, da fühlte sie sich ebenso zerschmettert, als wenn Hernani selbst entrrissen worden wäre. Nach diesem Abend im Theater in Caen hatte Schwester Olive nur mehr einen Gedanken. Alle Wünsche und alle Sehnsucht des armen Bauernmädchens richteten sich darauf, zum Theater zu kommen und die Dona Sol zu spielen. Es ist ja schwer zu verstehen, wie sie sich von zu Hause losmachen konnte, aber Schwester Olive ließ sich durch nichts hindern. Sie überwand Vater Mito und ihre Mutter und ihre Liebe zur Heimat und den Widerstand eines jungen Mannes, der auf sie und ihre Mitgift wartete. Und so kam es, dass sie, die nie etwas anderes gelernt hatte, als zu kochen und Zieder zu brauen, sich einer herumreisenden Theatergesellschaft anschloss. Während des ganzen ersten Jahres, bis sie gelernt hatte, das Pariser Französisch zu sprechen, bekam Schwester Olive nichts anderes zu tun, als die Bühne zu kehren und die wirklichen Schauspielerinnen zu bedienen. Es war keine leichte Aufgabe für eine angehende Dona Sol, insamt der Thronsessel, die auf der Bühne stehen sollten, zu bürsten oder die Toilette der Primadonna in Stand zu halten. Aber Schwester Olive trug alles mit dem ihr eigenen guten Humor und alle ihre Kameraden gewannen sie lieb. Sie wünschten ihr, alle bald auftreten zu können. Ach, wenn sie nur einmal eine Rolle für unsere arme Olive finden könnten, pflegten sie zum Direktor zu sagen. Und endlich bekam Schwester Olive eine Rolle, doch nicht eine, wie sie sich gewünscht hatte. Sie hatte eine Königin spielen wollen, aber man ließ sie als Müllerin auftreten. Sie sollte grob und roh sein, in dürftigen Kleidern und weiß vom Mehlstaub. Schwester Olive pflegte zu erzählen, als sie diese Rolle bekam, wäre ihr der Mut gesunken und sie habe zu weinen angefangen. Sie hatte früher, als sie noch Treppen und Fußböden kehrte, nie geweint. Doch die Primadonna selbst ließ sich herab, Schwester Olive zu trösten und sagte ihr, sie solle froh sein, dass sie nun endlich vor das Publikum käme. Sie könnte es nie bis zur Donnersohl bringen, wenn sie nicht als Müllerin anfangen wollte. Sie, die Primadonna, hätte als Schusterjunge begonnen. Schwester Olive lernte also die Rolle und sie spielte sie, so gut sie es verstand. Und als er sie gespielt hatte, weinte sie zum zweiten Mal. Es war ihr ganz vortrefflich gelungen. Die Zuhörer hatten applaudiert und die Kollegen sie zu ihren Anlagen beglückwünscht. Ja, darauf müsste sie sich werfen, das könnte sie, eine alte, routinierte Schauspielerin hätte es nicht besser machen können. Aber Schwester Olive weinte, sie hatte keine Lust, sich wegen ihrer Müllerin loben zu lassen. Etwas in ihrem Inneren sagte ihr, dass dies ihrer Donnersohle im Weg stehen würde. Und Schwester Olive hatte guten Grund zu weinen. Sie schien all die Leiden vorausgesehen zu haben, die ihr erwarteten. Denn von nun an durfte sie immer auftreten, aber nie in einer Rolle, die sie befriedigte. Sie durfte niemals in Versen sprechen und wenn man die romantischen Schauspiele gab, in denen Fürsten und Fürstinnen auftraten, war sie von der Bühne verbannt. Schwester Olive wurde dessen schließlich müde und suchte eine andere Theatergesellschaft auf. Es war nicht schwer für sie, eine neue Anstellung zu erhalten. Die Direktoren rissen sich um sie. Aber Schwester Olive unterzeichnete keinen Kontrakt, ohne dass der Direktor sich verpflichtete, sie die Donnersohle in Hernani spielen zu lassen. Es wurde auch in den Kontrakt aufgenommen, dass, sobald Hernani gegeben würde, Schwester Olive die Rolle der Heldin spielen sollte. Und dann ließ der Direktor Schwester Olive ihre gewöhnlichen Rollen darstellen, in denen sie immer Erfolg hatte. Aber Hernani, Hernani behauptete er, sei unmodern und locke die Leute nicht an. Er wage nicht, ihn aufs Repertoire zu setzen. Die arme Schwester Olive dachte so manches liebe Mal, ob es nicht am klügsten wäre, Heim zu ihren Apfelbäumen und ihrem Verlobten zurückzukehren. Aber die Hoffnung konnte doch nicht in ihr sterben. Und sie blieb beim Theater und fuhr fort, diese kleinen Rollen zu spielen, die ihr weder Mühe noch Anstrengung kosteten und in denen sie immer Erfolg hatte. Schließlich wuchs ihr Ansehen in dem gerade, dass der Direktor des Theateres François kam, sie auftreten zu sehen. Und das Ende war, dass Schwester Olive ihren Einzug in Molias Haus hielt. Als das geschah, dachte Schwester Olive nur daran, dass es ihr jetzt vergönnt sein würde, die Donner Soul auf Frankreichs vornehmster Bühne zu spielen. Und sie versöhnte sich beinahe ein wenig mit allen den gewöhnlichen Müllerinnen und Händlerinnen, da sie sie so weit gebracht hatten. Zu allem Glück hatte Schwester Olive einen solchen Eindruck von der großen Schauspielerin empfangen, die die Rollen darstellte, wenn das Schauspiel einmal auf dem Repertoire stand, dass sie mehrere Jahre lang gar nicht wagte, von ihrem Wunsch zu sprechen. Aber die Zeit verging und sie fürchtete, dass sie zu alt würde. Du musst es jetzt durchsetzen oder nie, sagte sie zu sich selbst. Du weißt ja, dass du die Donner Soul spielen kannst, so wie sie noch niemand vor dir gespielt hat. Was denkst du eigentlich, Olive? Du hast doch noch nicht das Ziel deines Lebens erreicht. Bist du etwa aus deiner Heimat fortgegangen, um diese Bauernweiber zu spielen? Mein Gott, dazu hättest du dich nicht bis zum Théâtre François im Poir zu arbeiten brauchen, um dich wie eine Landpomeranze zu betragen. Sie ging also und sprach mit dem Direktor und der Direktor versprach ihren Wunsch zu erfüllen. Dann hielt er sie drei bis vier Jahre mit leeren Versprechungen hin. Als sie volle zehn Jahre am Théâtre François angestellt gewesen war, kam sie mit ihrer Klage wieder. Ich habe nun länger an der Bühne gedient als Jakob, sagte sie. Sie müssen mir meine Donner-Sol geben. Der Direktor rief alle Künstler zusammen, die beim Theater etwas zu sagen hatten und legte ihnen die Frage vor. Wir müssen Olive mit To versuchen lassen, sagten sie. Natürlich macht sie Fiasko, aber es gibt keine andere Möglichkeit, mit der Sache fertig zu werden. In den folgenden Wochen machte sich Schwester Olive von aller anderen Arbeit frei. Sie las und repetierte nur unaufhörlich ihre Rolle. Das Seltsame war, dass sie gleich merkte, dass ihr die Begeisterung für die Aufgabe fehlte. Ich muss es tun, dachte sie. Aber ich glaube, ich werde froh sein, wenn es vorüber ist und ich zu meinen gewöhnlichen Rollen zurückkehren kann. Und zuweilen, wenn sie die romantischen Worte ihrer Rolle rezitierte, fand sie sie geschmacklos und unnatürlich. Ach, sagte sie, man hat mich zu alt werden lassen. In Wirklichkeit lag die Schuld an ihr. Sie war an Verse nicht gewöhnt, sie konnte es nicht Hals über Kopf lernen, sie natürlich und leicht fließend zu sprechen. Die großen Worte wollten nicht über ihre Zunge gleiten und sie merkte, dass sie eine ganz neue Art zu gehen und die Hände zu bewegen lernen musste. Das ist ja Torheit, sagte sie manchmal. Niemand ist je so gegangen oder hat so gesprochen wie diese Donner Soll. Das ist keine Rolle für einen Menschen. Aber zuweilen fühlte Schwester Olive doch etwas von der alten Begeisterung für die Rolle und dann dachte sie, wenn ich wirklich auftrete, wenn ich endlich auf der Bühne stehe, dann werde ich so sehr Donner Soll sein wie niemand vor mir. Und ich weiß, dass sie in mir lebt als mein zweites Ich. Was bedeutet es, dass es mir bei den Proben nicht gelingt? Ich weiß, im großen Augenblick wird sie hervorkommen. Nichtsdestoweniger war Schwester Olive nach jeder Probe verzweifelt und dieses Gefühl wurde von dem Direktor und den übrigen Künstlern geteilt. Mademoiselle Mithot sagte der Direktor eines Tages sehr freundlich zu ihr. Sie haben mein Versprechen und es wird alles geschehen, wie Sie wollen. Aber wollen Sie es wirklich? Ich weiß nicht, ob ich will, sagte sie, aber ich weiß, dass ich muss. Sie begann, eine Niederlage vor sich zu sehen, eine Niederlage gerade in dem, was der Ehrgeiz ihres Lebens gewesen war, eine Niederlage in dem lachlustigen Paris auf Frankreichs erster Bühne. Und bald schien Schwester Olive der Sinn für die Rolle selbst zu fehlen. Sie beschäftigte sich nur mit Nebendingen, sie probierte Perücken und wählte zwischen einer roten und einer schwarzen, so wie man wählt, wenn es sich um das Glück eines ganzen Lebens handelt. Sie probierte ihre Kleider mit unerhörter Genauigkeit, sie schminkte sich zur Probe bald rosig, bald olivgelb. Aber sie, die als Kammerjungfer niedlich und beinahe graziös aussah, war als Edeldame steif und ungeschickt. Und ihr Gesicht, das unter dem Zofenhäubchen jung und frisch aussah, erschien seltsam alt und verwüstet, als sie die spanische Donnasol vorstellen sollte. Aber es muss doch gelingen, dachte sie. Seit meinem 17. Jahre habe ich gefühlt, dass ich einzig und allein auf die Welt gekommen bin, um diese Rolle zu spielen. Das alte Schauspiel Hernani macht heutzutage im Allgemeinen keine vollen Häuser, aber an dem Abend, an dem Schwester Oliv auftrat, war jeder Platz besetzt. Alle kannten Schwester Olivs Geschichte und man war ein wenig gerührt über diese lebenslängliche Liebe zu Donnasol. Warum hat man sie diese Rolle nicht früher spielen lassen, fragte man. Sie ist zu alt, sie wird ganz schrecklich sein. Immerhin erwartete der eine oder andere, dass es ihr doch gelingen würde, da es doch ihr innere Beruf zu sein schien. Und es herrschte vor Beginn des Stücks recht große Spannung im Publikum. Aber als der Vorhang aufging und Schwester Oliv hereinkam und zu sprechen anfing, ein einziger gequälter Seufzer entrang sich gleichsam dem Publikum und dann war niemand mehr neugierig. Man machte sich taub und blind, man versuchte sie ganz zu vergessen. Schwester Oliv konnte nachher nicht recht verstehen, wie sie sich durch den Abend durchgeschleppt hatte. Das Publikum war nicht hart gegen sie, es war sehr barmherzig. Man fand es beinahe bekannt, dass es ihr so gänzlich misslungen war, dass sie sich so gründlich über ihren Beruf getäuscht hatte. Und den einen oder anderen erfasste natürlich Angst, wenn er an diese Idee dachte, die sich Schwester Olives bemächtigt und sie irregeleitet hatte. Etwas ähnliches konnte ja jeden widerfahren. Sie kann sich immerhin glücklich schätzen, sagte Mann. Sie hatte durch diese Marotte eine ausgezeichnete Stellung erlangt und sie brauchte diese entsetzliche Rolle, die ihr so gar nicht liegt, nicht mehr zu spielen. Schwester Oliv war in Verzweiflung über sich selbst. Warum ging sie nicht in ihrer Rolle auf? Warum war sie so kalt? Warum fühlte sie nichts? Wie konnte sie so unnatürlich deklamieren? War sie denn keine Künstlerin? Sie fühlte sich beinahe versucht, sich selbst auszupfeifen. Sie sollte ja diesen Herrn an ihn lieben. Aber es fehlte ihren Blicken, wenn sie auf ihm ruhten, jede Glut. Ach, ach, das soll Donnersoll sein, dachte sie, als sie schwer und linkisch über die Bühne schritt. Aber Schwester Oliv war ja sehr beliebt und sie erlitt keinen Schaden durch ihre Niederlage, wahrhaftig gar keinen. Es war wirklich sehr schön, dass die Kritik sowohl wie das Publikum sich ganz enthielten, über ihr Fiasko zu sprechen und sich nur beeilten, es zu vergessen. Vergebens durchsuchte Schwester Oliv am nächsten Morgen die Zeitungen, um einen Bericht über ihren Misserfolg zu finden. Sie fand ihn überhaupt nicht erwähnt. Das erschien ihr rührend, aber zugleich war sie vor Schreck förmlich gelähmt. War ich so entsetzlich, dachte sie. War ich so, dass man es nicht einmal wagt, von mir zu sprechen? Im Lauf des Vormittags statterte der Direktor selbst Schwester Oliv einen Besuch ab. Er schwieg nicht über das, was geschehen war, sondern er erklärte und er gründete es wie ein Arzt, der einen Krankheitsfall analysiert. Sie hatten zu lange gewartet, sie sahen der Sache mit zu viel Spannung entgegen. Das benahm ihnen den Atem und die Besinnung. Sie spielten gewissermaßen mit einem Band um die Kehle und mit Fesseln an den Händen. Es konnte ihnen das erste Mal unmöglich gelingen. Heute werden sie sich ausruhen, aber morgen? Wollen sie es morgen wieder versuchen? Schwester Oliv besann sich. Manchmal, wenn man eine Niederlage erlitten hat, fühlt man, dass es besser gehen würde, wenn man es noch einmal versuchen könnte. Aber als Schwester Oliv das Anerbieten des Direktors hörte, empfand sie nichts derartiges. Sie hatte keine Kraft, den Kampf noch einmal aufzunehmen. Sie hatte nicht einmal Lust. So schlecht auch alles gegangen war, sie freute sich doch, dass es wenigstens vorüber war. Schwester Oliv Oliv dankte dem Direktor und sagte Nein. Der Direktor sah Schwester Oliv mit einem langen Blick an und begann von etwas anderen zu sprechen. Als er aufstand, um zu gehen, sagte er wie zufällig, wir treffen uns doch morgen auf der Probe, nicht wahr, Mademoiselle? Als er dies sagte, erschrak Schwester Oliv so sehr, dass sie beinahe wankte. Sie fühlte, dass sie, sollte sie wieder auftreten, dann stets den gleichen Druck und die gleiche Unsicherheit wahrnehmen würde, wie am vorhergehenden Abend. Mit einem Mal war es ihr ganz klar, dass sie keine Rolle mehr darstellen konnte. Daran hatte Schwester Oliv vorher nicht gedacht, aber in dem Augenblick, in dem der Direktor ihr sagte, dass sie zu einer Probe kommen sollte, begriff sie es. Schwester Oliv nahm sich acht Tage Urlaub und als sie zu ihrer Tätigkeit zurückkehrte, war sie fröhlich und gesund und hatte offenbar die ganze Sache vergessen. Aber als sie zum ersten Mal die Bühne betreten sollte, da empfand sie einen eigentümlichen Widerwillen. Sie musste sich zwingen, es zu tun. Es war nicht gerade Angst, aber es war ein beinahe unüberwindlicher Widerwille. Und als sie dann auf der Bühne stand, auf der sie sich sonst so wohl befunden hatte, da senkte sich Eiseskälte auf sie herab. Sie fühlte, dass ihre Gesichtszüge starr wurden, wie damals, als sie die Spanierin gespielt hatte. Und als sie zu sprechen begann, erkannte sie Donner Sols abscheuliche, unnatürliche Stimme wieder. Von diesem Augenblick an hasste Schwester Oliv das Theater. Aber da sie eine praktische, kluge Person war, gab sie ihren Missmut nicht zugleich nach. Sie kämpfte einen ganzen Winter gegen ihren Widerwillen an, aber schließlich wurde er in ihr übermächtig. Ich habe nun genug Rollen verdorben, sagte sie zu ihrem Direktor, um einzusehen, dass ich nicht mehr tauge. Mir bleibt nur mehr eins übrig, nämlich meiner Wege zu gehen. Dann kam sie zu uns und wurde barmherzige Schwester. Sie war immer ruhig und heiter und die Kranken liebten sie. Sie war auch bei uns glücklich, es lag in ihrer Natur, glücklich zu sein. Als ich sie kennenlernte, war ich noch jung und ich fragte sie manchmal, sehnen sie sich nie zurück in die Welt, Schwester Oliv, nach ihren Theater, ihren Rollen, ihren schönen Pferden und ihren eleganten Möbeln. Ich erinnere mich deutlich an Schwester Oliv, als ich sie einmal so fragte. Sie war mit den Jahren immer mehr wie eine alte Bäuerin geworden. Sie hatte Fett angesetzt, ihr Gesicht war sehr runzlig und grob, aber sie sah auch sehr kräftig und klug aus mit ihren breiten Kinn und ihren klaren Augen. Wonach sollte ich mich sehnen, sagte sie. Es war ja unmöglich, es länger auszuhalten. Wozu ich Lust hatte, dazu hatte ich keine Anlagen und wozu ich Anlagen hatte, dazu fehlte mir die Lust. Die barmherzige Schwester schloss, ja, das war Schwester Olives Geschichte. Wissen Sie was, sagte der Konsul, ich sah sie auftreten. Ich war sogar an jenem Abend im Theater und sah sie die Donnersohle spielen. Ja, das war ein Fersko. Aber was ist nun ihre Ansicht über dies alles, Schwester? Darüber gibt es wohl nur eine Meinung, fiel der Kapitän ein. Dieser innere Beruf ist ein Betrüger. Man muss ihm misstrauen, sagte der Maler. Misstrauen, misstrauen, rief der Konsul beinahe zornig aus. Man muss ja auch der Liebe misstrauen, aber was wird ohne sie aus uns? Nichts. Und was vermögen wir, wenn wir uns nicht berufen glauben? Nichts. Wozu taugen wir? Zu nichts. Was ist ihre Meinung, Schwester Agnes? Ich denke, Monsi Badon, dass in der einen oder anderen Weise dem allen etwas Göttliches zugrunde liegen muss. Ja, gewiss, sagte der Konsul. Und wenn das Göttliche auch gefährlich ist, kann das ein Grund sein, es zu schmähen? Ich denke, ich glaube, dass das Göttliche Häuser geschieht. Vielen Dank.